So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. 14 bis 15 Uhr war ich draußen und habe den Shiggy Seaday gestreamt, bei 36 Grad im Schatten. Nächstes Mal, glaube ich, als ich hingefahren bin zum Park, zum englischen Garten, waren es 32,5 Grad oder irgendwas. Wenn du in der breiten Sonne rumgestanden hast, hat es sich halt total schlimm angefühlt, wenn du dich dann in den Schatten gestellt hast. Da waren ja viele Bäume, da waren viele Brunnen, die aktiv waren, da war auch wie so ein Teich und so ein Graben da rum und alles. Also, da konntest du dir schon Abkühlung suchen. Wer den Stream verfolgt hat, den kann man auch nachträglich auf YouTube sich noch angucken, ging ja eine Stunde, ne? Da hat man auch gesehen, da bin ich mal kurz mit meinen Gummilatschen dann in den Teich, in den was weiß ich was das ist, da reingelaufen. Einfach mal, um kurz abzukühlen, kurz ein frisches, nasses Feeling zu haben, das war auf jeden Fall sehr genial. Deshalb immer Gummilatschen an, ohne Socken und dann ist das das Beste, was du im Sommer machen kannst, falls du irgendwo mal einen Fluss findest. Oder wer auch immer ein Meer vorm Haus hat, ne? Grüße an Bianca, ne, hinterm Haus. Was weiß ich, keine Ahnung. Dann bin ich also eine Stunde rumgelaufen. Normalerweise mache ich das immer mit Pupsi zusammen. Dann gucken wir immer, wer kriegt das erste Shiny. Wer kriegt das letzte Shiny? Wer kriegt die meisten Shinies? Konnte ich diesmal nicht machen, die waren nicht mit dabei. Vielleicht wäre es auch zu heiß gewesen, zu warm gewesen. Für Jonas, weiß ich nicht, ob, wenn man sich da in den Schatten und so, manchmal war es ein bisschen kühl und angenehm, aber generell bist du immerzu wieder in die Sonne rein und auf der Fahrt hin mit dem Auto war es ja sowieso chaotisch. Bin ich also alleine gelaufen? Der Abreiser im Stream war das Erdnuss, der Tobias Reuter. Der hat gefühlt alle zwei Sekunden einen Shiny bekommen. Jetzt will ich mal ganz kurz schauen, was ich heute hier gemacht habe. Wenn ich Shiggy eingehe und alter Null, wo ist denn hier eine Null? Ich habe in der Stunde 170 Shiggy gefangen. Ich habe keine Lokmodule benutzt. Ich habe mich nur im Park aufgehalten. Und ich habe, was habe ich denn noch? Rauch angemacht, genau. Das höchste Shiggy, was ich habe, hat 761 WP. Das kleinste Shiggy, was ich habe von den WP ist WP11. Wir haben auch irgendwo, ich weiß nicht, ob man, ich habe das ja mit Namen reingeschrieben, wo man das dann sieht. Wenn ich jetzt XXS eingehe, habe ich ein XXS Shiggy bekommen mit 0,25 Meter Größe. Aber eben auch eins mit Sonnenbrille, was auch 0,25 Meter ist. Also ein ganz kleines, wustiges aus der Feldforschung Shiggy XXS. Falls das aus der Feldforschung ist, kann man auch gleich mal bewerten. Hat drei Sterne, ist aber jetzt nicht so brutal, so interessant. Hier ist auch noch eins mit XXS, auch 0,25. Die haben also alle genau die gleiche Größe. Ich habe mir auch welche mit XXL markiert. Und zwar die zwei. Hier haben wir nämlich eins mit 0,78 Meter. Ihr seht deutlich den Unterschied, wie groß und wuchtig das ist. 0,78 und hier 0,76. Ich habe leider noch keinen Showcase gefunden bei mir. Ich habe den Verdacht, ich war ja einer der, der keine Showcases hatte. Dann wurde es abgestellt. Heute ist es zurück. Uns berichten einige Spieler, dass sie immer noch keine Showcases haben, obwohl es jetzt eigentlich für alle sein sollte. Mit einem schönen XXL habt ihr natürlich gute Chancen, in so einem Showcase Platz 1 zu werden. Kann ich aber leider immer noch nicht testen, weil ich habe ja nichts. Hunderter, müssen wir mal kurz gucken. Vier Sterne und zuletzt gefangen ist auf jeden Fall kein Shiggy dabei. Shinies und zuletzt gefangen haben wir sechs Stück. Müsste so passen. Wir haben eins aus der Feldforschung bekommen mit Brille. Das ist dieses hier. Das ist auch ein dreisterniges mit 15, 12, 15. Die anderen waren wild. Die können wir kurz durchbewerten. Das war das erste mit 108. Hat drei graue Sterne. Dann haben wir hier nochmal 15, 2, 2 oder was das sein soll. Auch 0 Sterne. Hier 3 Sterne. Hier 2 Sterne. Hier 0 Sterne. Hier 0 Sterne. Ist also alles nicht so cool. Ich glaube es gibt ja Decks Eintrag Kategorie, wenn man drei Sterne Shinies durchentwickelt, aber brauche ich eigentlich nicht. Mir war das eh wurscht, denn ich habe hier mein, wir wissen es, hier können wir es nochmal zeigen, damals vom allerersten Shiggy C-Day im Jahr 2018 am 8.7. habe ich aus der Quest damals ein 100% Shiny Sonnenbrillen Shiggy bekommen, was ich seitdem auch auf Level 50 gezogen habe, zum Mega-Tour-Doc entwickelt habe, was Spaced-Buddy-Batch bekommen hat. Das ist genau von so einem C-Day und deswegen ist das jetzt der Classic gewesen, weil das die Wiederholung von dem war, den es damals gab. Den ersten gab es also am 8.7.2018 und heute am 9.7.23. 5 Jahre später kam der. Das war natürlich noch in Hildburghausen damals, aber mit dem bin ich hier am Start. Das finde ich genial, den kann man so mitnehmen. Was gibt es sonst noch zu beachten? Ich habe einen Tour-Doc, glaube ich, aus der Quest bekommen. Dieses hier mit 1009, weil ich hatte ja wieder diese 1-Euro-Forschung. Da habe ich das bekommen mit 1009, das können wir auch mal kurz bewerten, hat zwei Sterne. Und dann habe ich für die eine Aufgabe, muss sich ja ein Shilog entwickeln und habe das kleine Shiggy mit WP-11, was ich hatte, durchentwickelt. Jetzt habe ich einen Tour-Doc mit 32 WP. Macht man damit was? Wahrscheinlich nicht. Ansonsten sind das, glaube ich, alle Statistiken. Also 107, nee, 107, 108. Gefangen so viel, wie am Anfang gezeigt wurden. 2, 3, XL, XXS, irgendwas bekommen, zwei Tour-Doc hier mitgenommen, kein 100 dabei. Sonst gar nichts. Wir können jetzt hier die, die da sitzen, nochmal kurz antippen und schauen, ob da vielleicht noch ein Shiny dabei ist. Beim letzten Mal haben wir das auch gemacht. Da saßen wir hier rum, sind durchgegangen und haben im Sitzen vier Shinys nacheinander bekommen. Das war richtig krass. Bei euch die Frage natürlich, wie war euer C-Day, wie war eure Ausbeute? Wart ihr alleine unterwegs? Uh, da ist auch noch ein Shiggy mit 666, wie beim letzten Mal. Wenn ich jetzt Schnellfang-Trick mache, muss ich auch gucken, ob es drin geblieben ist. Es ist auf jeden Fall drin geblieben. Wie war euer C-Day? War... Schon wieder. Das ist... Das gibt es doch nicht. Beim letzten Mal vier Stück hintereinander bekommen. Als ein Shiny da war, kamen die anderen auch noch hinterher. Ich muss wieder gucken, ob es drin ist. Ja, es ist auch drin. Ich drücke nochmal hier drauf. Und es ist aber wieder dasselbe. Hä? Ist... Ich denke, es ist drin geblieben. Jetzt gucke ich nochmal. Und ich drücke nochmal drauf. Nein, jetzt ist es weg. Und das ist aber nicht weg. So, jetzt können wir wieder weiter fangen. Nochmal. Also. Wir checken hier noch ab, ob da noch was sitzt. Wie? War euer C-Day? Ich probiere es noch ein drittes Mal. Wart ihr alleine unterwegs? Wart ihr mit Freunden unterwegs? Wart ihr mit Familie unterwegs? Wo habt ihr gespielt? Im Wald? In der Stadt? Im Park? Sonst war es Wasser in der Nähe. Bei uns war ja ganz viel Wasser drumherum. Deswegen habe ich mich gefreut. Dass überall die Schickis sitzen. War es warm? War es kalt? Habt ihr von zu Hause aus gespielt? Habt ihr ein Logmodul angemacht? Habt ihr Rauch gemacht? Wie war eure Ausbeute? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Habt ihr ein paar Shinies bekommen? Schreibt es mal rein. Und. Habt ihr den überhaupt gespielt? Also viele haben ja gesagt, sie brauchen den gar nicht, weil der ja alt ist. Und es gab ja auch nichts Besonderes. Das ist der Clancy gewesen. Clancy ist Clancy. Ich fange immer zu dasselbe. Verfasel mich noch ein bisschen, weil ich Zeit schinden will. Dass ich doch alle, die hier sitzen, noch mitnehme. Bis nichts mehr da sitzt. 65 WP kann doch trotzdem ganz spannend sein, oder? Da ist auch noch eins. Jetzt habe ich insgesamt noch so sechs Stücke gehabt. Und zwei hier zu Hause sind. Also acht Stück. In der einen Stunde, wie ich unterwegs war. Nein, das zählt ja nicht hier rein. Das ist ja, das ist ja Betrug. Ist das ja. Wieso? Merkt sich das nicht den Ball? Weil das hier wieder nicht eingestellt ist bei dem iPhone. Dass ich das den Ball merken soll. Das ist eine nützliche Option. Die habe ich an dem anderen eingestellt. Hier habe ich es komischerweise nicht eingestellt. Deswegen wirft es immer wieder mit dem roten Ball. Obwohl es eigentlich den anderen hat. Den blauen, der viel besser ist. Den Superball. Die C-Day-Box habe ich wieder mal nicht gekauft. Ich glaube, ich habe es ja noch kein einziges Mal. Die C-Day-Box gekauft. Finde ich auch schwachsinnig. Klar gibt es da eine Top-Lade-TM. Aber ich habe noch einige in Reserve. Die hole ich mir nämlich immer aus der GBL. Die gibt es auch immer an den Kampftagen. Richtig gut. Und das war jetzt alles. Zum Abschluss nehmen wir hier dieses Ponita mit. Und da lege ich es auch endlich mal hin. Würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Hat Spaß gemacht. War aber trotzdem jetzt nichts besonderes, atemberaubendes. Ich bin ja mal gespannt, was sonst noch so alles kommt. Das ist das leichteste. Und gleichzeitig auch das kleinste. Und das war es jetzt. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.